Hey, hier ist das Kapitel 5 und eine gute Nachricht gibt es, denn Lena und ich schreiben schon an Kapitel 6. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört haben und vor allem vielen Dank an die Leute, die uns supporten. In den letzten Monaten sind immer mal wieder ein paar Leute dazugekommen, die uns unterstützen. Es ist so, umso größer das Supporter-Team ist, umso mehr Zeit können Lena und ich in dieses Projekt hier stecken. Daher vielen, vielen Dank und wer von euch sich dem anschließen möchte, der kann das sehr gerne auf Patreon tun oder schaut einfach mal in diese Videobeschreibung hier. Ja, und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr über dieses Kapitel denkt und ob ihr euch ein weiteres wünscht, dann wird es bestimmt bald ein nächstes geben. Hey, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mo Entertainment Mo Entertainment Lass uns was hören Harry Potter und der Schatten der Horcruxe Eine Fanfiction von Lena Schmidke und Leon Stiel Musik Johannes Aue Musik 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 Fortescue, Flirtipps und Fanfaren Das Kopfsteinpflaster der Winkelgasse flimmerte in der heißen Nachmittagssonne. Harry streckte sich. Er blinzelte in das gleißende Licht der reflektierenden Schaufenster. Der bunte Sonnenschirm, unter dem er auf einem wackeligen Stuhl saß, warf einen rötlichen Schimmer auf sein Gesicht, während er sich verträumt in der schmalen Gasse umsah. Viele der Geschäfte hatten ihre Türen erst vor ein paar Wochen wieder geöffnet, einige noch immer nicht. Zu Harrys Glück war Fortescue's Eissalon einer der Läden, die an diesem schwülen Tag Kundschaft empfing, weshalb Harry es sich unter dessen krummen, schattenspendenden Schirm gemütlich gemacht hatte. Harrys Blick blieb an einem Zitronenfalter hängen, der sich gerade einen Weg über seinen Schnürsenkel zu bahnen versuchte. »Achtung! Noch zwei Stunden!« Urplötzlich ließ ihn ein ohrenbetäubender Lärm aufschrecken. Eine Mischung aus einer Trompetenfanfare und explosionsartigen Knallgeräuschen dröhnte von einem großen Plakat zu ihm herüber. Harry richtete sich auf und der Zitronenfalter flatterte eilig davon. Er spähte zu dem violetten Plakat, auf dem zwei riesige Köpfe aufgetaucht waren, die überaus lächerliche Hüte trugen. Der rechte Kopf, der von George Weasley, grinste breit auf Harry und die Passanten der Winkelgasse hinab, während der andere Kopf, der von Lee Jordan, mit größter Anstrengung in eine Trompete blies. »Sicherheitshinweis Nummer 311«, trällerte Georges Kopf jetzt. »Achten Sie auf Ihren Geldbeutel! Wir brauchen ihn später noch!« Mit einem letzten schelmischen Grinsen verpufften die beiden Köpfe und drei Minimuffs nahmen ihren Platz ein, um abwechselnd verschiedene Scherzartikel anzupreisen. Schmunzelnd lehnte sich Harry wieder in seinen Stuhl zurück. Heute war es soweit. Heute würde Weasleys zauberhafte Zauberscherze seine Neueröffnung feiern. Zu jeder vollen Stunde erinnerten etliche Plakate, die in der Winkelgasse verteilt an den Fassaden hefteten, lautstark die Hexen und Zauberer an das bevorstehende Eröffnungsfest. Nicht zuletzt zum Ärger der anderen Ladenbesitzer. Denn seit einigen Tagen waren bereits mehrere Anzeigen gegen George im Zaubereiministerium eingetrudelt, in denen er der Belästigung oder der Ruhestörung durch den Gebrauch unlauterer Werbemittel bezichtigt wurde. Zu Georges Glück waren alle Beschwerdebriefe zufälligerweise direkt in die Hände des Zaubergammotsverwaltungsdienstes gefallen, der unter der Fuchtel von keinem geringeren als Georges älteren Bruder Percy Weasley stand. Dieser hatte die etlichen Schreiben versehentlich auf den Altpapierstapel zu Kaminbefeuerung und Eulendreckentfernung gelegt, weshalb sie schon nach kurzer Zeit spurlos verschwunden waren. Seitdem ließ Percy jedoch keine Gelegenheit aus, George daran zu erinnern, wie aufopfernd er sich für ihn in Gefahr begeben hatte und damit seine hart erkämpfte Stelle im Ministerium aufs Spiel setzen würde. Außerdem hatte Percy in einer abendlichen Ansprache lang und breit verlauten lassen, dass er es bedauerlicherweise nicht zu den Festlichkeiten schaffen würde, da er derzeit in Memos ersticken und von Briefeulen belagert würde. Doch nicht nur er, sondern auch Mr. Weasley und Charlie hatten sich per Eulenpost entschuldigen lassen, da sie immer noch im zittrigen Henker stationiert waren. Das Ministerium hatte, laut Mr. Weasleys Brief, eine Überführungsroute eingerichtet, auf der die Gefangenen aus Azkaban unter strengster Bewachung der Auroren und Ordensmitgliedern vom Gefängnis zum Zaubergammott und wieder zurücktransportiert wurden. Mr. Weasley hatte beschrieben, was für einen enormen Aufwand das mit sich brachte. Nicht nur, dass viele von uns rund um die Uhr mit den Besen den Gefangenentransport begleiten müssen. Shacklebolt hat für den Transfer der Todesser einen ganzen Muggelbahnhof in der Nähe vom Ministerium sperren lassen. Was das für ein Papierkram war, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, schrieb er. Und mit den Todessern da in Azkaban wird's immer schlimmer. Selbst die Dementoren werden unruhig. Vor zwei Tagen haben mehrere Insassen fast den Verstand verloren und haben die Wochen eingegriffen. Wie aus dem Nichts sind sie denen an die Gurge. Klammer auf. Behalte das bitte für euch. Klammer zu. Phileas haben sie das ganze Gesicht zerkratzt und sein Kollege musste mit einer Bisswunde am Hals in St. Mungo. Das Merkwürdige war, nach dem Angriff haben sich die Todesser in aller Ruhe abführen lassen. Sie wirkten richtig beseelt. So als wäre nichts gewesen. Verrückt, wenn ihr mich fragt. Aber nicht gleich austicken, Molly. Charlie und mir geht's gut. Wir sind nur sehr müde. Melden uns die Tage. Treibt's nicht zu bunt morgen Abend. Und grüßt mir George. Sorgt ihm. Ich bin stolz auf ihn. Alles Liebe. Arthur. PS. Charlie lässt grüßen. Harry kniff die Augen zusammen und streckte sein Gesicht aus dem Schatten des Schirms. Auch er war vor den Zaubergammott geladen worden. In weniger als einem Monat musste er gegen einen der Todesser aussagen. Er, Ron und Hermine hatten in den letzten Tagen viel in Harrys Zimmer gehockt, die Köpfe zusammengesteckt und sich vorgestellt, wie die Verhandlung wohl ablaufen würde. Harry hatte eine Vermutung geäußert, die ihm bereits kurz nach dem Erhalten der Vorladung gekommen war. Er glaubte, sie würden ihn als Zeuge in der Verhandlung gegen Draco Malfoy befragen. Ron und Hermine schlossen die Möglichkeit zwar nicht aus, jedoch kamen sie im Laufe der Diskussion noch auf einige andere Namen, deren Verhandlungen bevorstanden und für die Harrys Zeugenaussage nicht unwichtig sein könnte. Doch nicht nur darüber hatten die drei viel gesprochen, sondern waren von einem Thema zum nächsten gelangt. Sie hatten über Theodos Gifter und das Gemälde von Voldemort diskutiert, über die Aufgaben der Unsäglichen und Dumbledores Erinnerungszauber. Meistens, bis ihnen entweder die Augen zugefallen waren oder Mrs. Weasley sie mit einer Aufgabe für den Fuchsbau beauftragt hatte. Harry öffnete die Augen wieder und blinzelte zwei-dreimal, bis sich der rote Schleier von seinen Pupillen gelöst hatte und er um sich herum wieder alles erkennen konnte. Dank dem gemächlichen Abklingen der Hitze herrschte in der Winkelgasse reges Treiben. Neben Hexen und Zauberern, die mit Einkaufslisten von Laden zu Laden eilten, saßen hier und da ein paar Leute im Schatten und lasen den Tagespropheten, während Kobolde mit Aktentaschen unter den kurzen Arm in Richtung Kringitz hasteten. Trümmerteile wurden durch die Luft manövriert, während an anderer Stelle die Rollläden hochgezogen und kleine Tische mit neuesten, ältesten oder einfach seltsamsten Verkaufsobjekten vor die Ladentüren gestellt wurden. Einige der Geschäfte waren geschlossen. Ihre Fronten hatte man mit Brettern zugenagelt, da in ihnen Feuer gewütet und die gesamte Einrichtung in Schutt und Asche gelegt hatte. Andere hatten trotz eingestürzter Fassade wieder geöffnet. Die kleine gebeugte Besitzerin der magischen Menagerie zum Beispiel, die von allen Kröten Krimhild genannt wurde und deren Geschäft mit seinen hervorstehenden Holzbalken und halb zertrümmerten Fenstern einen eher trostlosen Anblick bot, hatte ihr Sortiment einfach auf verschiedenen hohen Steinhaufen in und um ihren Laden trappiert. So hing ein Käfig voller weiß-grauer Tauben an einer langen Holzlatte, die gefährlich gebogen aus der Wand stand. Ratgeber und Gläser, deren Inhalt Harry von Weitem nicht erkennen konnte, hatten ihren Platz im durchlöcherten Mauerwerk gefunden. Kröten Krimhild selbst, die sich mit einem Hocker vor das klaffende Loch in der Fassade in die pralle Sonne gesetzt hatte, glotzte jetzt durch ihre klobige schwarze Hornbrille den vorbeischlendernden Hexen und Zauberern hinterher. Harry erblickte einen schmalbrüstigen Zauberer mit einem zylindrischen Hut auf dem Kopf, der vor dem, was von der magischen Menagerie übrig geblieben war, stehen blieb. Krimhild blinzelte zu ihm empor und ihre Miene verriet, dass der Besucher ihr durchaus bekannt war. Der Zauberer hatte jetzt ein Säckchen von seinem Gürtel gelöst und holte, während er besorgt auf die krumme Verkäuferin einredete, einen beachtlichen Ochsenfrosch daraus hervor. Krimhild war aufgesprungen und tätschelte nun das in der Sonne glitschig glänzende Tier, als wäre es das niedlichste, was sie je gesehen hatte. Dann verschwand sie rasch in der Dunkelheit ihrer Ladenruine und kam mit einem Glas wieder, das mit umherwuselnden Insekten gefüllt schien. Harry atmete aus. Krötenkrimhild war nicht die Einzige in der Winkelgasse, die das Beste aus ihrer Situation zu machen versuchte. Harry hatte beobachtet, wie an nahezu jeder Ecke den Geschäften wieder neues Leben eingehaucht wurde. Plötzlich vernahm er eine keifende Stimme. So, jetzt nur noch einen ordentlichen Umhang, Anthophenenia! Eine verschwitzte Hexe hastete an Harry vorbei und zog ein sehr unmotiviertes dreinblickendes Mädchen hinter sich her, das tief in einer Ausgabe von Rennbesen im Test versunken war. »Lieben Besen«, nuschelte das Mädchen. »Jetzt geh mir nicht auf den Zauber«, keifte die Mutter. »Ständig redest du nur noch von diesem Besen, diesen Dingsbummsschweif, und jetzt komm, du schläfst ja fast ein!« Das Mädchen steckte ihren Finger so tief in die Nase, dass Harry angewidert den Blick abwandte. Er hörte nur noch, wie die Mutter fluchte. »Seit Ollivander geschlossen hat, müssen wir zu Jimmy Kiddles wunderbare Zauberstäbe, und der ist noch ne ganze Ecke weg!« Jetzt sah Harry, schräg gegenüber, wie ein kleiner, rundlicher Zauberer, der sich ein nasses Tuch auf die Glatze gelegt hatte, mit seinem Zauberstab drei Hammer dazu bewegte, ein großes Banner über die Eingangstür des Buchgeschäftes Flausch & Plots zu befestigen, während sein in die Jahre gekommene Hauself glotzend daneben stand. Doch jedes Mal, wenn ein einzelner Hammer tat, wie geheißen, schlugen die anderen zwei entweder in die Luft oder gegenseitig aufeinander ein. »Meister, es hält nicht«, pöbelte der alte Hauself. Der dicke Zauberer keuchte. »Das sehe ich selbst, Rusty, danke!« Auf dem Banner, das immer wieder auf dem Boden segelte, konnte Harry folgendes lesen. »Spendenaufruf. Nach Vernichtung der Hälfte unseres Schulbuchinventars sind wir auf ihre Spende angewiesen. Jegliche Auflage willkommen. Zustand irrelevant.« Eine Gruppe von Hogwarts-Schülern, die tuschelnd die Köpfe zusammengesteckt hatten, schlenderten an dem immer verzweifelter werdenden Verkäufer und dem immer lauter keifenden Hauself von Flourish and Blots vorbei. »Nein, im Ernst, McGonagall hat wirklich einen Wassermenschen zum Mann«, flüsterte einer der Schüler aufgeregt. »Unsinn! Alle ihre Männer sind auf mysteriöse Weise gestorben. Auf ihr muss ein Fluch liegen. Deswegen hat sie auch gar kein Mann«, entgegnete ein sehr kleines Mädchen überzeugt. »Ein Glück, mit der hält's doch niemand länger als eine Unterrichtsstunde aus!« witzelte ein noch kleinerer Junge mit zittriger Stimme, bevor die drei um eine Ecke bogen und kichernd verschwanden. Harry gähnte zufrieden. Er hatte in der letzten Nacht zwar kaum geschlafen, aber seine Vorfreude auf den heutigen Tag war nie größer gewesen. Mrs. Weasley hatte vor einigen Tagen den Vorschlag gemacht, dass sie doch zwei Nächte im tropfenden Kessel übernachten könnten, welchen alle erleichtert begrüßt hatten, da sie so den müßigen Aufbauarbeiten im Fuchsbau für einen Moment entfliehen konnten. Dort angekommen, war ihnen schnell klar geworden, dass diese Idee nicht nur Mrs. Weasley gekommen war, denn Tom hatte ihnen nur noch zwei freie Zweibettzimmer anbieten können, was bedeutete, dass Mrs. Weasley in einem und Ron, Harry, Hermine und Ginny in dem anderen untergekommen waren. Harry, dessen Plan gewesen war, früh ins Bett zu gehen, um am heutigen Tag ausgeschlafen zu sein, hatte bald einsehen müssen, dass sich sein Vorhaben als unmöglich herausstellte. Nicht nur, dass sie ein einziges quietschendes Bett für vier Personen bereitgestellt bekam, von denen einer der stets strampelnde und sich hin- und herwerfende Ron war, sondern auch, dass ein Zusammentreffen alter Bekannter zu größter Aufregung und dem plötzlichen Vergessen jeglicher Müdigkeit geführt hatte. So kam es, dass Harry, gerade als er sich ein Glas Wasser geholt hatte und die Treppen zu ihrem Schlafgemach hinaufsteigen wollte, von George aufgehalten wurde. Er überredete Harry, ihn in ein Zimmer im ersten Stock zu begleiten, in dem die beiden von drei im Kreis sitzenden Personen begrüßt wurden. Harrys Blick fiel zuerst auf den rundlichen Mann, der im Schneidersitz vor einem großen Spielbrett saß, auf dem sich eine Art Miniaturlabyrinth erstreckte. Der Mann, der sich unter dem Namen Senor Mendoza als ein Geschäftspartner von George vorgestellt hatte, war in einen grellen, gemusterten Umhang gewickelt, während sein schütteres Haar ihm auf dem Schädel klebte. Neben dem Mann saß Ron und, zu Harrys Überraschung, Angelina Johnson. Die beiden folgten konzentriert vier verschiedenen, im Labyrinth umherirrenden Spielfiguren, die Gartengnomen glichen und wildkreischend keulen, ketten und ihre Fäuste schwangen. Harry lernte schnell, dass es in dem Spiel, was Fang den Hurz heißen sollte, lediglich darum ging, die Gartengnomfiguren in dem Labyrinth aufeinander loszulassen. Wenn sich zwei begegneten, droschen sie so lange aufeinander ein, bis einer rückwärts taumelnd zu Boden ging und mit einem lauten Plopp verschwand. Anscheinend war der Spaß nicht das Spiel selbst, sondern das Wetten auf die verschiedenen Gnome. Schon bald hatte auch Harry das Wettfieber gepackt. Er vergaß die Zeit und spielte bis in die Morgenstunden gegen Senor Mendoza, Ron und Angelina, während George ihnen vergnügt zusah. Als die ersten Sonnenstrahlen in den tropfenden Kessels schienen, klatschte George in die Hände. So, Jungs, ab ins Bett jetzt. Nachher müsst ihr fit sein. Ich hole mir jetzt ein Bratwürstchen und einen Tee und dann gehe ich zur Arbeit. Ihr wisst ja, Galleon abgreifen. Als Harry ins Bett schlüpfen wollte, fiel ihm auf, dass sein Geldbeutel erheblich leichter war als noch am frühen Abend. Und als er recht überlegte, musste er zugeben, dass etwas an Fang den Hurts nicht ganz stimmen konnte. Denn sobald er, Ron oder Angelina auf ihren ausgewählten Gnom gesetzt hatten, verstauchten diese sich beim Umherrennen ein Bein, verhedderten sich in dem Gestrüpp der Labyrinthecken oder verloren urplötzlich ihr Augenlicht, während Senor Mendozas Schützlinge lediglich mit einem eingerissenen Zehnagel oder ähnlichem umzugehen hatten, sodass sich schon nach kurzer Zeit ein beachtlicher Galleonhaufen vor den Füßen des peruanischen Geschäftspartners angesammelt hatte. Harry griff instinktiv in seine Hosentasche. Oh nein, dieser verdammte Mendoza hatte ihm doch glatt so gut wie all seine Galleon abgezwackt. Bis auf zwei Silbersickel, die traurig in Harrys Hosentasche gegeneinander klimperten, war sein Geldvorrat, noch bevor der Tag richtig begonnen hatte, schon erschöpft. Augenrollend über seine eigene Dummheit rutschte Harry mit seinem Stuhl ein Stück weiter in den Schatten. Er, Hermine und Ron, die erfahren hatten, dass Fortescue's Ice Salon wiedereröffnet worden war, waren nach einem späten Frühstück im tropfenden Kessel und einem gemächlichen Spaziergang durch die Winkelgasse dort eingekehrt und hatten sich unter den bunten Schirmen ein schattiges Plätzchen gesucht. »Oder, Harry?« Eine verunsicherte Stimme riss Harry aus seinen Erinnerungen. »Ähm, was?« Er drehte sich um und blickte in das runde Gesicht von Neville Longbottom. »Hat doch Shacklebolt gesagt, oder?« »Was hat Shacklebolt gesagt?« Harry zog die Stirn kraus. »Naja, dass es immer noch Unterstützer von Todessern im Ministerium gibt,« wiederholte Neville. »Ähm...« Harry zögerte. »Ja, Neville, das wird so sein, aber du...« Hermine, die auf einen der runden Tische gestützt neben Harry saß, fuchtelte jetzt vor Nevilles Nase mit einem Löffel herum. »Du hast doch eben von so einer bestimmten Frau geredet. Miss... ähm... Miss...« »Miss Greenport?« »Ja, ja, genau die. Was wolltest du über sie erzählen?« Harry konnte es nicht fassen. Hermine legte es doch tatsächlich darauf an. »Ja, also... ähm... Die war bei Oma immer mal zum Tee,« begann Neville zögernd. »Wieso denn das?« unterbrach Hermine ihn erneut. Harry, der sich jetzt ein wenig aufgerichtet hatte, versuchte unbemerkt Hermines Blick zu erhaschen. Aber sie klebte förmlich an Nevilles Lippen, während dieser ausholte. »Na ja, Oma traut dem Ministerium schon lange nicht mehr, seit Fatsch damals die ganze Sache in den Sand gesetzt hat und die Todesser das Ministerium übernehmen konnten. Oma sagt immer, sie will den nach schwarzem Modder stinkenden Laden ausmisten.« Nevilles Blick wurde ernst, als er etwas leiser weitersprach. »Deswegen veranstaltet sie regelmäßig den Vier-Uhr-Beamten-Tratsch. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört? Oma lädt dann immer Ministeriumsmitglieder ein, um sie angeblich für irgendeine Errungenschaft oder einen besonderen Dienst zu belohnen. Aber eigentlich will sie die Leute nur ausquetschen. Einmal hat sie Arnold friedlich wegen der schönsten Frisur des Ministeriums eingeladen, nur weil sie herausfinden wollte, ob er Aufenthaltsorte von Ordensmitgliedern an die Todesser verraten hat.« Hermines Augen hatten sich geweitet. »Vom Orden des Phönix? Aua!« Harry hatte Hermine unter dem Tisch einen Tritt gegen das Schienbein verpasst und warf ihr jetzt einen warnenden Blick zu. Vor nicht einmal einer Woche sind er, Ron und Hermine mit Mr. Lovegood einen Vertrag eingegangen, der eindeutig verboten hatte, was Hermine kurz davor war zu tun. Und was sie, mir nichts, dir nichts, das Augenlicht kosten konnte, wenn sie sich nicht daran halten und auch nur ein Wort über Mr. Lovegood's Untersuchungen verlieren würde. Doch das schien Hermine nicht abzuschrecken. Neville, der mit dem Abtupfen seiner von Schweiß glänzenden Nase beschäftigt war, hatte nichts von Harrys Aufregung bemerkt. Er redete einfach weiter. »Warum interessiert denn dich das, Hermine?« wollte er jetzt wissen. »Weißt du also, weißt du mehr über Miss Creamport? Oma würde sich sicher über Informationen freuen.« Harry blickte Hermine weiterhin scharf von der Seite an, die jetzt gewaltig ins Straucheln geriet. Sie lachte seltsam gekünstelt auf und fuhr sich überschwänglich durch die Haare. »Nein!« log Hermine erbärmlich. Doch bevor sie Neville weiter mit peinlichen Gesten ablenken konnte, flog die klapprige Tür des Eissalons auf und Ron stolzierte mit einem breiten Grinzen auf sie zu. »Hab mir jetzt doch Georges Lieblingsbecher bestellt. Bin echt mal gespannt, ob... Hey, Neville, du alter Bubotubler! Wie siehst du denn aus?« Neville, dessen Gesicht plötzlich puterrote Flecken bekommen hatte, blickte verlegen an sich runter. »Ähm, ich, äh...« Er zupfte an seinem langärmeligen weißen Hemd und fummelte unbeholfen an einer leicht schiefhängenden Schleife, die er um den Kragen trug. »Ich hab noch ne Verabredung später«, stammelte er. Ron ließ sich gegenüber auf einen Stuhl sinken und beugte sich geheimnistuerisch vor. »Und mit wem?« »Also, ähm, nicht später, sondern eigentlich jetzt gleich. Ich werd dann mal...«, stotterte Neville und die Farbe seiner Ohren begann langsam der des Sonnenschirms zu gleichen. »Komm, sag schon, Neville«, hakte Harry grinsend nach. »Hört auf, wenn Neville es nicht sagen will«, schaltete sich Hermine ein. »Ach, als ob du es nicht wissen willst«, entgegnete Ron und hob eine Augenbrauen. »Pass auf, Neville«, begann er. »Bevor du jetzt aufspringst und losrennst, denk an die wichtigste Regel beim ersten Date.« Harry wechselte einen irritierten Blick mit Hermine. »Und die wäre?«, wollte Neville jetzt wissen. »Komm zu spät«, sagte Ron und lehnte sich zufrieden in seinem Stuhl zurück. Doch als er bemerkte, dass weder Harry, Hermine noch Neville ihm zustimmten, sondern ihn einfach nur verwundert anstarrten, fügte er rasch hinzu. »Was denn? Zu spät kommen macht dich interessant. Ist ein ungeschriebenes Gesetz?« »Ah, verstehe. Deswegen bist du bei McGonagall immer zu spät gekommen«, grinste Hermine. »Hat sich ja echt interessant auf deine ZRGs ausgewirkt.« »Sehr witzig, Hermine.« Entgegnete Ron leicht pikiert, dann wandte er sich wieder an Neville. »Die zweite Regel ist...« »Oh, Achtung, da kommt noch mehr«, murmelte Harry deutlich hörbar, was Ron gekonnt überging. »Kein Liebestrank der Welt vermag den Zauber eines tiefen, ehrlichen Blickes zu ersetzen.« »Wo hast du den denn her?«, fragte Neville überrascht. Auch Hermines Blick hatte sich mit einem Mal verändert. »Oh, das ist süß. Findest du nicht, Harry?« Sie knuffte Harry leicht in die Seite, der pflichtbewusst zu nicken begann. »Doch, ja, das ist wirklich romantisch, Ron.« »Seht ihr?«, sagte Ron und verschränkte die Arme stolz vor der Brust. »Und Regel Nummer drei. Wenn sie sich in die Haare fasst, hast du sie im Sack.« »Himmel, Ron!«, seufzte Hermine und vergrub das Gesicht in ihren Händen. Harry lachte auf. »Womit habe ich das verdient?«, nuschelte Hermine in ihre Handflächen, während Neville sich bemüht unauffällig von seinem Stuhl erhob. »Hö, ohne deine Tipps!«, hustete Neville. »Wie du meinst?« Ron zuckte mit den Achseln. Dann wandte er sich erneut an Neville. »Aber bleib doch trotzdem noch ein bisschen!«, flehte er. »Du bist doch gerade erst gekommen!« »Ist er nicht?«, entgegnete Hermine trocken. »Hä?« Ron schaute sie verwirrt an. »Du hast nur drei Jahre gebraucht, deinen Eisbecher zu bestellen!«, antwortete sie seufzend. »Ich hab mich da drin mit Rodney unterhalten!«, sagte Ron verteidigend. »Welcher Rodney?«, Harry blickte fragend zu ihm herüber. »Na, der Eisverkäufer.« Ron deutete auf die Schwingtür, die ins Innere des Eissalons führte. »Rodney Fortescue ist ein Neffe von dem alten Fortescue. Er ist echt nett.« »Ja, davon hat Oma erzählt.«, schaltete sich Neville ein. »Die war mit Florian Fortescue befreundet. Ein Jammer, dass er gestorben ist. Hat aber bis zuletzt für die gute Sache gekämpft, sagt Oma. War die ganze Zeit auf deiner Seite, Harry.« Harry nickte betroffen. In dem Moment flog die klapprige Schwingtür auf und ein großgewachsener junger Mann kam freudestrahlend hinausgerauscht. Mit seinem Zauberstab ließ er mehrere, fast zum Überquellen gefüllte Eisbecher vor sich herschweben und brachte sie zu einem Nachbartisch. Sein blondes Haar war iglig in die Höhe gegelt, während auf seiner Nase eine dick umrandete schwarze Brille prangte. Sein etwas zu enges T-Shirt war mit bunten Eisklecksen und klebrigen Schokolinsen übersät. Er stellte gerade den letzten Eisbecher vor einer Schülerin ab, als ihre sommersprossige Freundin ihn lautstark ansprach. »Sag mal, Rodney, so heißt du doch, oder? Rodney, bist du wirklich einer der besten Zauberschachspieler? So mit Meisterschaften und so?« Rodney, dessen breites Lächeln sich kein Deut verändert hatte, beugte sich zu der Schülerin runter und sagte freundlich, »Ja, ich war mal nicht schlecht, aber das ist lang her. Jetzt bin ich einer der besten Eisverkäufer, findest du nicht?« Er zwinkerte keck und rauschte davon. Die sommersprossige kicherte nervös, während ihre Freundin, die fast hinter ihrem von Schokolade triefenden Eisbecher verschwand, mit den Augen rollte. »Ähm, Rodney?« Das Mädchen rief dem Eisverkäufer erneut hinterher. »Ja?« Rodney streckte sein Kopf aus der Tür. »Ich hatte einmal Toffeesauce extra bestellt.« »Oh, Entschuldigung, das muss Nancy wohl vergessen haben.« »Nancy?« rief Rodney in den Laden hinein. »Rodney?« schallte eine Mädchenstimme aus dem Inneren. »Toffeesauce, Tisch acht«, gab Rodney die Bestellung weiter und erntete ein knappes »Ja, ja, kommt«, bevor er wieder verschwand. »Also, ich werd' dann mal«, begann Neville jetzt, strich sich das schweißbefleckte Hemd glatt und tupfte erneut seine Nase trocken. »Wir sehen uns dann nachher, oder?« Harry, Ron und Hermine nickten, verabschiedeten sich von Neville und beobachteten, wie er, die Hände in den Hosentaschen und unbeschwert pfeifend, direkt hinter Forteskews Eissalon in eine Seitengasse bog. »Mit wem trifft er sich?« krübelte Ron. »Lavander?« »Oh Gott, lass es bitte nicht Lavander sein.« »Hermine!« zischte Harry und beugte sich zu ihr herüber. »Was war das denn vorhin?« »Ähm, was denn, Harry?« fragte Hermine scheinheilig. »Ja, tu jetzt nicht so. Du weißt, dass die Untersuchungen von Mr. Lovegood streng geheim sind. Du hast einen Schwur abgelegt.« »Ha, Leute, ich sag euch!« »Neville trifft die olle Edgekomb!« »Die Pätze!«, posaunte Ron und hatte offensichtlich nichts um sich herum mitbekommen. In dem Moment flog die Tür zum Eissalon erneut auf und Rodney steuerte mit drei weiteren Eisbechern auf sie zu. »So, einmal Minz-Schoko-Albtraum, eine klapprige Kokosschale und, ach ja, Ron.« Rodney hatte gerade den zweiten Becher vor Hermine abgestellt, als er innehielt und Ron bedauernd ansah. »Weasleys Witzebecher ist leider aus, der lief heute zu gut, aber ich habe stattdessen für dich den zweitbesten Eisbecher.« Er stellte eine quietschbunte Glasschale vor Rons verdutztes Gesicht, dessen Löffel die Form eines Notenschlüssels hatte. »Minnesängers Musikbecher, einer meiner Lieblinge«, sagte Rodney und blickte schmachtend auf die drei langsam schmelzenden Eiskugeln. »Ah, mit Pfeifenrohrwaffeln!« Wie auf Kommando begannen die lang gerollten Eiswaffeln, die in Rons Becher steckten, seltsam schiefe Töne von sich zu geben. Während sich die Sahne zu einem mit Streuseln beklebten Kobold formte, der theatral die Lippen spitzte und mit krächzender Stimme zu singen begann. »Hoch die Löffel, auf den Mund! Haps, weg ist die Kugelhund! Doch sei vorsichtig, mein Freund! Eis ist kalt und... Platsch!« Ron hatte seinen Löffel auf den Kobold klatschen lassen, so dass es zu allen Seiten spritzte. »Ah, schade, der lustige Teil wäre noch gekommen!«, grinste Rodney, dessen Stimmung anscheinend durch nichts zu trüben war. »Naja, lasst es euch schmecken!« Er wollte gerade davon stolzieren, als... »Warte mal kurz, Rodney!« Ron ihn aufhielt. »Wenn du ein Date hast, ne?« Rodney grinste verschmitzt und rückte seine Brille zurecht. »Oh ja, was dann? Du hast mit ihr ne Uhrzeit ausgemacht, ne?« »Ja,« antwortete Rodney und kniff seine Augen leicht zusammen. »Dann lässt du sie doch ein bisschen warten. Das ist doch viel interessanter, oder?« Harry bemerkte, dass sich Rodneys Mund zu einem feinen Grinsen verzog. Er blickte sich auf die abgewetzten Latschen und sagte zögernd, »Na doch, Ron, es ist schon interessanter, aber woher willst du wissen, dass es eine Sie ist?« Jetzt lachte der junge Eisverkäufer kurz auf, kratzte sich am Schopf und rauschte zwinkernd mit einem »Fangt mal an, es schmilzt sonst« davon. Die drei blickten ihm kurz nach und als die quietschende Schwingtür verstummt war, meldete sich Hermine zu Wort. »Wo er recht hat?« sagte sie achselzuckend und versuchte etwas Sahne aus ihren klappernden Kokosschalen zu löffeln. »Ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Also ich meine ja eh irgendwie im Allgemeinen oder so, wisst ihr?« stammelte Ron unbeholfen. »Also weißt du doch, Harry, oder?« Harry nickte beschwichtigend und machte sich ebenfalls über seine bereits herabtropfenden Eiskugeln her, aus der gelegentlich ein paar kleine Lakritzfledermäuse flatterten, die Harry problemlos einfing. Als sie sich die Bäuche vollgeschlagen hatten und die Sonne langsam den Weg unter ihre Sonnenschirme gefunden hatte, dröhnte vom gegenüberhängenden Plakat erneut Georges Stimme durch die Winkelgasse. »Achtung, noch eine Stunde! Sicherheitshinweis Nummer 312!« Hermine hielt sich angestrengt die Ohren zu, während Georges Gesicht klucksend trellerte. »Feuerfestes Schuhwerk und knallsichere Ohrenschützer sind empfohlen. Hast du keine? Dritte Leiter, viertes Regal rechts!« In dem Moment hörte Harry seinen Namen. »Harry! Hey, Ron! Hermine!« Jemand rief nach ihnen, doch Lee Jordans schräge Trompetentöne verwischten die Richtung, aus der die Rufe kamen. »Harry, hier treffst du dich also rum!« Harry wandte sich um und vor ihm blitzten die weißen Zähne von Dean Thomas, der neben seinem Kumpel Seamus Finnegan an ihrem Tisch stehen geblieben war. »Hey, Ron! Hey, Hermine!« Harry freute sich riesig, die beiden wiederzusehen. Sie waren sich seit der Schlacht in Hogwarts zwar ein-, zweimal auf einer Beerdigung über den Weg gelaufen, aber richtig gesprochen hatten sie nie. Also zogen sie kurzerhand einen zweiten Tisch an den ihren, Seamus bestellte sich ein Drachenfässchen, das qualmend und gurgelnd von Rodney herausgebracht wurde, während Dean mit einem Zimtshake Vorlieb nahm. Sie erzählten sich von den letzten Monaten. Seamus berichtete von einem Urlaub nach Island, bei dem er sich Erfrierungen an den Fingerknöcheln zugezogen hatte, weil ein fieser Fichtenelf ihm seine Handschuhe in Zuckerwatte verzaubert hatte. »Ich war aus Versehen auf seinen Bau getreten. Selbst schuld, wenn sie den so gut tarnen!« redete er sich unter dem Gelächter der anderen empört heraus. Immer wieder fiel das Thema auf das bevorstehende Fest und sie begann wild zu spekulieren. Was George wohl für Überraschungen geplant hatte, warum er Ginny eingeweiht hatte und diese jetzt schon seit Stunden bei den Aufbauarbeiten behilflich sein musste und was es für neue Scherzartikel und Süßigkeiten geben würde. »Also, ich hab neulich mitbekommen, wie George zu Lee Jordan gesagt hat, sie hätten ein Überwasser-Gehstiefel entwickelt«, offenbarte Ron verschwörerisch. »Damit könnte man einfach übers Wasser gehen. Stellt euch das mal vor!« Als dann auch noch die Petal-Zwillinge auftauchten, Parvati und Padma, wurde es vor Fortescue's Eissalon sehr lebhaft. Auch sie gesellten sich unter großem Stühlerücken zu den anderen und prompt entfachte ein Feuerwerk aus Gesprächen, Witzeleien und Eisbestellungen. Harry merkte nicht, wie die Zeit verstrich. Parvati präsentierte ihre kurzgeschorenen Haare, während Padma mit Ron ein hitziges Streitgespräch über die geplante Stammaufstellung der Chutley Cannons begann. Hermine lauschte indessen Dean Thomas' Erzählungen von einem Muggelkonzert, auf dem die Sängerin so betrunken war, dass es abgebrochen werden musste, während Harry sich von Seamus' Beschwerden über Percy Weasley anhören musste. Seamus hatte vor kurzem ein Schnupperjahr beim Zaubergammott begonnen, womit einherging, dass er den Anweisungen von Percy zu gehorchen hatte. »Und dann sollte ich neulich seine Schuhe bürsten, während er mir erklärt, wie wichtig gepflegtes Aussehen in der Politik sei,« lamentierte Seamus und schüttelte den Kopf, als Harry plötzlich stutzte. Mit einem Mal hatte sich ein dunkler Schatten über ihren Tisch gelegt. Ja, in einem Augenschlag war jegliche Sonne verschwunden. Harry wollte sich gerade zum Himmel wenden, als er bemerkte, dass der Schatten weder von einem Schirm noch von einer Wolke kam. »Na, sieh mal einer an, da sind sie ja alle!« Die riesenhafte Gestalt von Rubius Hagrid hatte sich vor ihrem Tisch aufgebaut und strahlte mit roten Bäckchen in die Runde. »Hagrid!« Harry, Ron und Hermine waren gleichzeitig aufgesprungen und warfen sich an Hagrids massigen Bauch. »Oh, oh, 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 oh!« Dieser tätschelte mit seinen großen Pranken ihre Köpfe und gluckste, »Oh, Vorsicht, Vorsicht, ich hab grad bei Tom zum Mittag. Schön, euch zu sehen!« Rasch ließen die drei von der Umarmung ab, während der Rest des Tisches Hagrid unter großem Hallo begrüßte. Dieser nickte den anderen fast gerührt zu und klopfte begrüßend auf den Tisch, sodass alle ihre Eisbecher und Miltshakes unter der plötzlichen Erschütterung festhalten mussten. Zu Harrys großer Überraschung hatte Hagrid sich in eine Art Sommerdress geworfen. Er trug einen geplümten Kissenbezug um den Kopf geknotet und neben einem kurzärmeligen Hemd, welches an manchen Stellen angekokelt schien, hatte er sich in eine kurze Hose gezwängt, deren Nähte bedrohlich spannten. Wobei bei genauerem Hinsehen Harry nicht sicher war, ob die Hose wirklich kurzbeinig oder einfach nur zu klein für Hagrid war. »Die machen ja ein ganz schönes Tarrar um die Eröffnung«, brummte Hagrid und wischte sich die schweißbedeckte Stirn. »Wollt grad mal vorbeischauen und fragen, ob's noch was zu tun gibt. Bin aber nicht näher als fünf Meter rangekommen. Wurde regelrecht zurückgeschleudert.« »Ist Ron vorhin auch passiert«, grinste Hermine schadenfroh. »Flexiles Murum Maxima, errichtet eine Gummiewand. Was dahinter zu sehen ist, ist nur Illusion.« »Verstehe«, murmelte Hagrid. »Hab mich schon gewundert, warum ich nichts erkennen konnte. War doch ein Riesenlärm. Naja, wollt euch eigentlich abholen. Molly meint, ihr seid entweder hier oder bei Qualität für Quidditch. Geht ja gleich los.« Harry fuhr auf. »Ja, stimmt. Ron, Qualität für Quidditch.« »Ach ja, ganz vergessen«, entgegnete Ron und löffelte hastig seinen Becher leer. »Dann haben wir keine Zeit zu verlieren«, sagte Hagrid, während Harry und Ron bereits aufgesprungen waren. Sie warfen ein »Bis später« in die Runde und rannten los, als »Harry, Ron« Hermine sie auffielt. »Wir müssen noch zahlen.« Harry und Ron waren jetzt stehen geblieben und wandten sich langsam zu Hermine um. Harry, den ein reflexartiger Griff in seine Hosentasche erstarren ließ, warf einen hilflosen Blick zu Ron. Mit rot angelaufenen Ohren trat dieser von einem Fuß auf den anderen, als Harry das Wort ergriff. »Hermine, wir haben gestern Abend noch«, erneut warf er einen Blick zu Ron, der ihn jetzt mit aufgerissenen Augen anstarrte und kaum merklich den Kopf schüttelte. »Äh, ähm«, Harry wandte sich wieder zu Hermine. »Ich glaub, ich hab meinen Geldbeutel im tropfenden Kessel vergessen.« »Ich auch«, stieg Ron hastig ein. Hermine legte den Kopf in den Nacken. »Wollt ihr mich auf den Arm nehmen?« »Nein, könntest du vielleicht?« Hermine seufzte und während sie in ihrer Tasche kramte, sagte sie, »Ja, los, geht schon, ich komm nach. Aber ich will jede Galleone zurück.« »Ja, na klar«, versicherte ihr Ron abwinkend und Harry stimmte mit einem »Natürlich, Hermine« ein. »Was ist denn jetzt?«, meldete sich Hagrid von hinten. Harry und Ron wechselten noch schnell einen Blick, dann wandten sie sich um und liefen eilig mit Hagrid in Richtung Qualität für Quidditch. »Habt gehört, ihr habt alle Hände voll zu tun, den Fuchsbau wieder auf Vordermann zu bringen. Ah, Kremhild!« Hagrid war vor dem Hocker zum Stehen gekommen, auf dem die alte Krötenkremhild saß und an einer merkwürdig gewundenen Wurzel herumknetete. »Hagrid, ja, ja, Hagrid!« Sie blinzelte durch ihre dicken Brillengläser zu dem Halbriesen empor. »Wie geht's den Gurgelwachteln?« »Die sind alle wieder gesund. Vielen Dank nochmal für das Rachentonikum!« »Aber immer nach Sonnenuntergang anwenden. Nach, nach. Kein Licht, nein, kein Licht, nee, nee«, murmelte die alte Kremhild und torkelte in die Dunkelheit ihres Ladens. »Und wie läuft's in kurz?« fragte Harry, als sie weiterliefen. Hagrid brummte kurz und zuckte mit den Schultern. »Mühsam. Es ist gar nicht so leicht, einen Ort von schwarzer Magie zu befreien. Man muss immer auf der Hut sein. Ständig stolpert man über irgendwelche Flüche, die noch nicht abgeklungen sind. Es ist äußerst gefährlich. Das ist auch der Grund, warum Professor McGonagall wollte, dass Hogwarts ein Jahr geschlossen bleibt. Zurecht, wenn ihr mich fragt.« Hagrid kratzte sich am Bart. »Und wer macht Zaubertränke und Verteidigung gegen die dunklen Künste?« wollte Ron jetzt wissen. »Zaubertränke? Slughorn, der bleibt. Scheint sich doch wohler zu fühlen als zu Beginn. Bleibt sogar Hauslehrer für die Slytherins.« »Und Verteidigung gegen die dunklen Künste?« hakte Harry nach, als sie am vernagelten Eckladen von Mr. Ollivander vorbeiliefen. »Nur, das ist ne gute Frage. Das fragen wir uns alle. Das weiß bis jetzt aber nur Professor McGonagall,« beteuerte Hagrid. »Ubrigens, hab letztens in Hogwarts deinen Bruder gesehen, Ron. Charlie,« fügte er hinzu. »Was hat der denn da zu suchen?« fragte Ron. »Ich dachte, der überwacht die Todesser.« »Er war mit nem ganzen Haufen Ministeriumsleuten da. Haben sich bei mir nen Paar Testrale geliehen.« »Testrale? Wofür das denn?« wollte Harry wissen. »Für den Gefangentransport nehme ich mal an. Wollen wohl auf Nummer sicher gehen, haben aber nicht viel erzählen wollen. Scheint so, als ob sie die ganze Sache vor der Zauberergemeinschaft geheim halten wollen.« Hagrid senkte seine Stimme. »Wurde ja letztens erst wieder nen Muggel getötet. Sie gehen davon aus, dass schwarze Magie mit im Spiel war.« »Ja,« stand im Tagespropheten, antwortete Harry. Er erinnerte sich an einen knappen Artikel, in dem von einem Blutbart auf einem Bauernhof berichtet worden war. Das Zaubereiministerium hatte in diesem Artikel jedoch verlauten lassen, dass kein Grund zu Sorge bestünde und es sich um einen Einzeltäter handeln würde. Zu gerne wollte Harry mehr von Hagrid erfahren und ihm vor allem über Mr. Lovegood ausfragen. Aber einerseits hatten sie Luna versprechen müssen, mit niemandem über die Angelegenheiten ihres Vaters zu reden, und andererseits wurden sie von einem lauten Rufen unterbrochen. »Hey, wartet mal, Ron!« Hermine kam von hinten angelaufen. »Ihr glaubt nicht, wen ich gerade gesehen habe,« keuchte sie. »Wen?« fragten Ron und Harry im Chor. »Ich bin gerade noch kurz bei Flourish & Plots rein, meine Bücher abgeben, und hab aus dem Fenster beobachtet, wie Professor Trelawney in eine Seitengasse gehuscht ist.« »Ja, und?« fragte Ron verwundert. »Sibbel, das kann nicht sein. Die kommt seit Wochen nicht aus ihrem Turm raus. Die Hauselfen in Hogwarts müssen hier sogar das Essen hochbringen.« »Doch, das war sie, ganz bestimmt,« beteuerte Hermine. »Die gleiche Brille, die gleichen Haare, sogar der gleiche grässliche Umhang.« »Aber was ist so komisch daran?«, wollte Harry jetzt wissen. Hermine schob die Brauen zusammen. »Na ja, sie wirkte sehr verstreut, hat sich andauernd umgeguckt und so.« »Nein, Hermine, du hast sie bestimmt verwechselt,« antwortete Hagrid. »Seht mal, da vorne!« Harry und Ron grinsten sich freudestrahlend an, als sie eine große Traube von Schülern vor einem frisch polierten Schaufenster erblickten. Sie waren bei Qualität für Quidditch angelangt. Ron hastete los, stolperte fast über eine kleine Hexe, die gerade versuchte, einen Knoten in ihre Schnürsenkel zu zaubern, quetschte sich durch die gaffende Menge, die er um mindestens zwei Köpfe überragte und presste sein Gesicht an die Scheibe. »Harry, sieh ihn dir an!« Nuschelte er gegen das Glas und zog Harry an seinem Ärmel durch die Gruppe. »Platz da!«, fauchte Ron einen kleinen quadratischen Jungen an. Harry klappte die Kinnlade herunter und sein Bauch begann unweigerlich zu kribbeln. Vor ihm im Schaufenster schwebten kleine Feen mit leuchtenden Bäuchen, die ihr Licht wie Scheinwerfer auf einen matt-schwarz lackierten Besen warfen. In allen Farben glitzernd stand von der Spitze bis zu den Borsten der Name »Drachenschweif«. Die langen Borsten, die wie gestärktes Pferdehaar glänzten, waren mit einer schwarzen Schleife zusammengebunden. Wenn Harry nicht genau hingesehen hätte, hätte er glauben können, dass der Besen auf einem Gestell liegen würde, doch dem war nicht so. Er schwebte in der Luft, jedoch so unbeweglich, wie Harry noch nie einen Besen hatte schweben sehen. Harrys Blick fiel auf das Schild, welches von zwei Feen bestrahlt wurde. Er las. Der Drachenschweif. Besenstiel aus Palisanderholz, Lasur aus getrocknetem Drachenspeichel. Schweif aus 20 verschiedenen Holzarten garantiert eine Beschleunigung von 0 auf maximal 270 Stundenkilometer in weniger als sieben Dreiviertelsekunden. »Ih hab's gehört, dass die Herstellung über ein Jahr dauern soll«, flüsterte der quadratische Junge zu seinem langhaarigen Freund. »Und der Papa hat gesagt, der Drachenschweif hat eine Fähigkeitssperre.« »Eine was?«, fragte der Freund und zog lautstark die Nase hoch. »Ja, das ist so. Der Drachenschweif merkt, ob jemand richtig gut fliegen kann. Und wenn er merkt, dass du nicht richtig gut fliegen kannst, fliegt doch gar nicht erst los«, sagte Papa. »Echt?«, fragte der Langhaarige und seine Augen leuchteten. »Ja, Fähigkeitssperre. Nimmer alle Spieler der Nationalmannschaft können den fliegen.« Harry musste lächeln. Fähigkeitssperre, sowas gab es nicht. »Achtung, der Countdown läuft! Letzter Sicherheitshinweis!« Georges Stimme ließ alle zusammenzucken. »Kommen Sie her! Hier ist es zwar nicht sicher, aber sicher lohnend! Jedenfalls für uns! Das Schicksal wartet nicht!« Er lachte lauthals auf und Trompeten schmetterten eine schräge Melodie. »Ja, wir müssen los«, krollte Hagrids Stimme von hinten. Harry und Ron konnten sich nur schwer von dem bezaubernden Anblick des Drachenschweifs lösen. Doch als sie sich umdrehten, sahen sie, dass bereits etliche Zauberer und Hexen aus allen Ecken der Winkelgasse in Richtung Weasleys zauberhafte Zauberscherze strömten. Gruppen von Schülern tuschelten aufgeregt, während manch ältere Herrschaften sich regelrecht herausgeputzt hatten, um der Eröffnung beizuwohnen. Harry konnte die Spannung in der Luft förmlich greifen. Von Weitem hörten sie es knallen und puffen, während die Sonne hinter den verschachtelten Häuserdächern verschwand und sie bunte Lichter durch die Luft sausen sahen. Harry, Ron und Hermine grinsten sich an und folgten dem riesenhaften Rücken Hagrids durch die Menge. Musik Ja, das war das Filme. Künfte Kapitel und ich hoffe, ihr seid jetzt alle für das nächste Date gewappnet. Ein kleiner Scherz, schreibt uns aber sehr gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Kapitel haltet und vor allem, ob ihr euch ein weiteres Kapitel wünscht. Denn für Lena und mich ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, was ihr über dieses Kapitel denkt und ob es sich lohnt, für uns diese Geschichte weiterzuschreiben. Daher sind die Kommentare einfach sehr viel wert. Und ja, und jetzt bedanke ich mich bei allen, die in den letzten Monaten unsere Projekte unterstützt haben. Wer uns und unsere Projekte unterstützen möchte, kann das sehr gerne via Paypal oder Patreon tun. Ich sag nur, ihr seid Team Horcruxe. Und damit vielen, vielen Dank an Franzi, Viktoria, Julia N., Lukas, Marion, Martin, Max, Melissa, Moritz, Phileas, Postea, The Prisoner of Berliner Bunn, Tim, Verena, Zappdos, Alex, Allgood, Derhofer, Daniel, Elena, Isabel, Joel, Kai, Katrin, Kein Bock, Lea und LP Schnitti. Ja, es ist echt schön zu sehen, dass das Team, das uns unterstützt, immer größer wird. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ermöglicht uns einfach sehr viel, solche Projekte langfristiger zu planen und gewisse andere Projekte umzusetzen und vor allem Zeit in diese Fanfiction zu stecken. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, empfehlt dieses Projekt sehr gerne weiter und folgt uns auf Instagram oder auf Facebook, wenn ihr weitere Informationen wollt. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall, also wir sind jetzt 2020, auch Live-Auftritte von uns geben. Wir werden auf Festivals sein und live Hörspiele machen, aber wir planen auch, diese Fanfiction live zu lesen. Und diese Infos werdet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen finden. Unsere Internetseite www.moreentertainment.de. Da findet ihr natürlich auch alle Infos zu dem, was ich erzählt habe. Diese Internetseite befindet sich gerade im Aufbau und ja, hey, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, ob ihr weiter Bock auf diese Fanfiction habt. Ich bin raus, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Kapitel einzulesen und jetzt freue ich mich noch mehr auf eure Kommentare. So, euer Mo. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Mo. Entertainment. Lass uns was hören.